Herr Pater, wie muss ich es anstellen, den Herrn zu lieben? Antwort Pater Pio, sag dem Herrn, hier bin ich, mach mit mir, was dir gefällt. Herr Pater, wie erwidert man die Liebe des Herrn? Antwort Pater Pio, Liebe bezahlt man mit Liebe. Je mehr wir uns dem Herrn hingeben, umso intensiver kosten wir die Freuden des Paradieses voraus. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!